Die Menschen verderben die Menschen. Wirbt. Das ist eine Hafenkneipe und hier kommen hauptsächlich immer sowas vom Hafen, Leute und Handwerker, weil hier der U-Bahn-Bau war und das Geschäft wird morgens um 10 eröffnet und dann kommen so die ersten Baulöwen. Dann haben die Leute Frühstück und die trinken meistens Bier und Korn immer oder halbe Liter, weil sie so durstig sind. Und im Laufe des Tages, dann kommt so alles Mögliche, dann kommen Geschäftsleute. Jeden Abend kommen auch viele Seeleute, viele Seeleute, weil ich selber früher auch zur See gefahren habe und sie fühlen sich hier alle ganz wohl, obwohl dies hier auch so eine Gegend ist, wollen wir sagen, denen ich so gerne beliebt ist, weil es hier ziemlich hart hergeht. Aber ich habe mein Lokal so ziemlich ruhig und sauber gehalten und dadurch habe ich auch viel Anhang hier, viel Stammleute und vor allen Dingen kommen die meisten Leute hier, weil ich ein gutes Pilz schenke. Und das hat sich im Laufe der Jahre herumgesprochen und es hat sich hier auch eingebürgert und deswegen habe ich hier auch ein ganz nettes Publikum. Es geht hart her. Hart her, ja, mitunter kommen so verschiedene Gangstertypen, Zuhälter und dergleichen. Und wenn hier so Knochenbrecher reinkommen, dann muss man sich schon fix in Acht nehmen und darf kein Wort zu viel sagen, denn sonst ist der Laden innerhalb von ein paar Minuten auf den Leisten gehauen. Das habe ich schon ein paar Mal erlebt. Ich habe auch noch ein paar Aufnahmen davon, wie das hier mal ausgesehen hat. Da lief das Schnaps nebenan bei der Blumenfrau durch und die, die hat überhaupt nichts getrunken. Die war schon besoffen, nur von dem Geruch allein. Sie selber trinken äußerst wenig. Oh ne, ich trinke sehr viel, bloß im Moment habe ich nicht so viel trinken, weil ich Asthma habe. Ich trinke an und führe sich ziemlich reichlich viel aufgrund meiner Krankheit. Ich trinke deshalb, damit ich mehr Luft kriege. Der Arzt hat gesagt, ja, ein paar kann ich ruhig trinken, sagt er. Aber aus Erfahrung wissen Sie ja, im Laufe der Jahre sind das schon 40, 50 geworden mitunternehm. Eine Zeit war es ganz schlimm, da habe ich auch nachts noch eine Flasche am Bett getrunken. Aber davon bin ich so ziemlich ab, weil ich das gesundheitlich auch sowieso nicht mehr verkraften kann. Und für mich ist beides schlecht, ob ich das Pulver nehme oder ich trinke Schnaps. Das Asthma-Pulver, ich habe mir mal ausgerechnet, ich habe schon 38 Kilo Pulver verschluckt. Und diese Menge soll der Körper erstmal absondern. Es ist ja logisch, dass es alles auf die Leber geht und auf die Nieren. Und der Arzt sagt, das schafft der Körper nicht mal eines Tages, sagt er, dann ist das alles verkrustet und dann ist das Ende da. Da kann der Körper nicht mehr arbeiten. Also das ist völlig gleich, ob ich Pulver jede Menge nehme oder ich trinke einen Tod, kann man ja sowieso nur sterben. Wenn die Leute herkommen und erzählen, worüber klagen sie? Ja, hier kommt doch schon Jammer vor, aber das sind meistenteils, da haben sie einen moralischen, meistenteils ist das viel angebracht bei Frauen, weil die dann mal so ein bisschen Liebeskummer haben mit ihrem Suppenkasper da und das gibt sich aber alles wieder in ein, zwei Tagen, hat sich das alles wieder eingeregelt und ist auch wieder das selber. Sind es auch viel ältere Leute, die hier hereinkommen? Tjo, ich habe auch älteres Publikum und eben aufgrund dessen, weil ich Pilzbier schenke und weil das nicht so teuer ist, deswegen kommen die hier ganz gerne, die alten Leute. Sind meistens zum größten Teil sind da schon Rentner und kommen morgens, trinken hier Bierchen und abends trinken sie nochmal ein Bierchen und Korn und dann sind sie meistens, ab acht, neun sind sie von der Bildfläche verschwunden, weil das alles Leute sind, die früh zu Bett gehen und auch wieder früh aufstehen. Morgens könnte ich dann schon wieder um acht aufmachen, dann sind die schon wieder auf die Beine, aber sonst im Großen und Ganzen kann ich hier nicht klagen. Wann sind die Gäste am schlimmsten? Kellnerin. Wenn sie besoffen sind, dann sind sie am schlimmsten. Puh, wenn man da so drei, vier Idioten hat, also das ist furchtbar. Die erzählen ja hundertmal dasselbe und immer muss man wieder darauf antworten, muss gute Miene zum bösen Spiel machen, nicht? Aber es sind ja auch meistens Leute, die man kennt und da mag man auch nicht so sein. Wie lange sitzen Sie schon hier? Wie lange ich hier sitze? Na, seit ungefähr, sagen wir, fünf Minuten vor sechs. Wie lange werden Sie noch hier sitzen? Ich würde sagen, so ungefähr bis Feierabend. Warum sitzen Sie hier? Weil ich Durst habe. Aus keinem anderen Grund? Nein, ich hatte meinen freien Tag, nicht? Als Kellner, nicht? Und da sitze ich hier und trinke mein Glas Bier. Warum trinken Sie es nicht zu Hause? Ich trinke nicht zu Hause. Allein schmeckt mir das Bier nie. Es schmeckt nur in Gesellschaft ein Glas Bier. Wie alt sind Sie? Fünfzig. Verheiratet? Nee. Warum? Die Nase voll. Warum? Auch weil die Frauen Raubtiere sind, weil sie so schlicht sind. Gehabt. Wieso sind die Frauen eigentlich schlecht? Passen Sie mal auf. Ja. Wir befinden uns hier auf St. Georg. Ja. Es ist ein Unterschied, nicht? Zwischen St. Georg und zwischen normalen Zeiten. Ja. Es ist eine andere Mentalität hier auf St. Georg. Ja. Wie ist denn die Mentalität hier? Die Mentalität ist, ganz ehrlich gesprochen, die meisten sind Huren. Gibt es da nicht die Möglichkeit, dass man in ein anderes Viertel geht und sich da eine holt, die keine Nutte ist? Passen Sie mal auf. Wenn Sie jetzt von der Arbeit kommen, Sie haben Feierabend und Sie wollen ein Glas Bier trinken, können Sie ja nicht noch ein paar Stunden rausfahren. Ja. Da trinken Sie ein Glas Bier hier, wo Sie wohnen und wo Sie sich auch wohlfühlen. Und ja, im Stammlokal. Das ist ja ganz normal. Wann ist die Geschichte mit Ihrer letzten Freundin auseinandergegangen? Genau an Silvester. Dieses Jahres? Ja. Warum? Weil sie mich beklaut hat. Wie viel? 100 Mark. Wo ist sie jetzt? Hier im Lokal.